Musik Wir finden nur ein frisches Obst. Das haben sie ein bisschen übertrieben mit dem Obst. Ja, guten Tag. Kommst du vorbei? Ich kann mich grad nicht bewegen. So. I am complete. Least doping. Nice. Ich geh mal hoch. War ich schon. Ganz oben? Achso. Ich hab dich gar nicht gesehen. Hab dich mit dem Niki verwechselt. Ah, okay. Grüne Farbe. Brauchen wir nicht. Geh mal wieder raus. Nur für Helme und so und für Waffen. Hier ist ganz viel zu trinken, aber brauch ich nicht mehr. Ja, ja, hab ich auch grad gesehen, ja. Mal gucken, wie viel ich so hab. Alter, das ist locker. Ich esse mir nochmal ganz kurz eine Zucchini. Die macht irgendwie eh nicht satt. Was liegt denn hier rum? Aber die Zucchini haben sie sehr schön gemacht. Die sieht total echt aus. Ja, find ich auch. Ja. Verrottet sieht die witzig aus, find ich. Ich warte mal auf dem Bus. Ich warte ein bisschen auf dem Bus. Äh, hier ist noch Munition für die... Das ist 7,262 Millimeter. Das ist für die Mosin, glaub ich. Ja, Mosin oder SKS. Aber nee, das ist nicht die Munition. Die 7,262er. Das ist eine andere. Boah, ist das beschissen hier. Fett am Regnen. Ah, Moment. Wer hat denn die Magnum? Was? Ich hab die Magnum, aber ich hab schon genug Munition dafür. Achso. Dann soll ich die wegschmeißen, weil ich hab... Äh, 40... Ja, Alter, ich hab lange nicht so viel Platz. 54... Ich glaub genau 60 Schuss für die Magnum. Wenn du das in deiner Munitionsbox hast, aber... Ja, dann schmeiß ich ein paar weg. Ja, gut. Dann hab ich noch 40 Schuss für die Magnum, das reicht auch. Gucken wir mal direkt in dem Haus daneben. Links davon. Also von der Küste aus gesehen. Wir waren in der... Ähm... In der Bushalt, wo du grad vorbeigelaufen bist. Ah, okay. War dir das grad hinter mir, oder was ist ein Zoll? Na, wir waren... Das ist ein Zombie. Schön. Noch ein Kennopener. Noch badly damaged, okay. Hier denn? Achso, Papier einfach nur. Hm. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Gute Frage. Lass mal in die neuen Städte gehen. Da sind wir mal. Oh, Zombie. Wer schießt? Ich. Ah, okay. Hab direkt mal drei Schuss abgegeben. Oh, hier ist so ein schöner Supermarkt. Weil die Magneten, obwohl man auf den Kopf zielt, dann auch ziemlich verzieht. Ja, hier ist eine Spitzhacke. Okay. Hier sind schwarze Handschuhe, um Dinge zu nehmen, ja. Wie heißen sie hier? Arbeitshandschuhe. Ich schalte mal draußen so ein bisschen Wache. Ah, okay. Waffe nochmal kurz durchlaufen. Okay, es hat ein bisschen aufgehört zu regnen. Ach so, Punkt 22, ja. 50 Rounds. Braucht keiner. 22er braucht echt keiner. Wie gesagt, das ist nur für die Sportler. Jetzt bin ich auch bei der Bushaltestelle. Echt? Bei welcher denn? Äh. Auf jeden Fall. Wir waren im Haus, wo du warst. Ach so, ja gut. Ach da. Jetzt seht ihr euch. Ja. Ach so. Google das einfach, da ist immer eine, da kannst du dir sogar anzeigen lassen, wie bei Google Maps und so. Kannst... Ach so, ja. Ist ja gar nichts drin hier. Bei desidb.com, ne? Ja, genau. Aber wir haben, glaube ich, alle TTS-K-O, ne? Ich gucke mal ganz kurz ins International Hotel rein. Wo ist denn das? In das große Haus mit dem Dingens, mit dem Flugzeug... Zombie. Wow. Zombie. Hat ihr das? Ja. Direkt hinter dir, ne? Niki. Ich hab grad gedacht, bist du das? Weil... Okay, ist alles leer hier. Weißt du, ich zieh's sozusagen voll auf mich. Hallo, Zombie. Und auf einmal schießt du. Okay, danke schön. Bitteschön. Mega geil. Alter, so geil die Waffe. Ich brauch für jeden Zombie nur einen Schuss und... Keine Ahnung. Ja, das ist aber normal. Also das brauchst du wirklich mit jeder Waffe nur. Bei Zombies. Ich glaube, du brauchst auch so zwei Headshots. Wo bist du hin? Hier in das Hotel rein. Ah, hier. Tätig. Okay. Äh, hier ist noch ein grüner Backpack. Okay, dann nehm ich natürlich lieber mit. Obwohl, äh, hier, wer von euch hat nochmal, äh, nur den Dingens? Ne, ich behalte den. Du willst den echt behalten? Ja. Ja. Nicht den grünen. Ja. Ich hätte ja schon... Ich hätte ja schon längst einen anderen haben können. Hey. Hey, äh... Aber kein grün. Oh, Moment, ist das... Ah, ein grün. Ja, ich bin neben dir. Ja, den hol ich doch. Da sie... Ach, warte, jetzt hab ich schon alles reingepackt. Da siegt der Style-Faktor. Ich bin noch red. Dann muss, warte noch kurz, dann pack ich dir alles raus. Was bist du jetzt nur noch? Der Niki ist feucht, ist der Niki. Ach so. Nicht mehr Dump, also wie Glitschnass oder so, sondern red. War ne Spitzhacke. Red, 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 red. War gerade SKS-Moni, ne? Wollte ich aufnehmen, bist du irgendwie weggepackt. Kann sein, dass die eine Etage weiter unten ist. Wofür braucht man eigentlich Wrenches? Was sind das? Habe ich noch nie... Äh, diese, diese... Wie heißen die denn? Die Schraubenziehe. Die, wo man... Wozu braucht man Holz, Alter? Ach so. Holz braucht man Neuer. Ah. Es gibt noch nichts zum Kochen, deswegen. Ja, halt in dem Entwickler-Video, was ich gesehen hab, da konnte man halt so einen Topf, einen großen oder kleinen Topf holen, dann eine Gaskartusche drunter. Ja, aber ich weiß nicht, was du kochen kannst. Ja, man kann Schweine, Hasen, Hirsche oder sowas jagen. Oder Rehe. Ach so. Gibt's aber noch nicht. Die sind aber noch nicht jetzt im Spiel drinnen. Aber im Video gab's die. Ja, aber die sind... Ne, ne, genau. Hier liegen Hosen. Hier ist ein Sewing-Kit. Äh, Anni, du hattest... Hunter-Pens. Äh, ich brauch aber auch keinen, wenn ihr eins habt. Summer-Hunter-Pens. Oh, Zombie im Raum, der packt sich durch. Oh, fuck. Warte, ich muss ganz kurz die Sommerhand... Äh, er folgt mir, er folgt mir. Ich hol ihn weg. Warte, ich renne raus. Oh. Ähm. What the fuck? Gell, brauchst du drei Schüsse für den. Also für die Militär-Zombies brauch ich, äh, mehr als einen Schuss. Echt? Dann haben sie das geändert, okay? Dann sollten die auch recht mal... Aber du hast auch voll auf den Körper geschossen. Äh, hatte ich nochmal den Sewing-Kit? Ja, der war halt so nah. Ich muss halt... Oder ist das schon nicht zu stark gedamaged? Das Sewing-Kit? Ja. Ähm. Ansonsten hole ich mir halt das eigene, wenn es dich ein bisschen nervt, wenn ich immer... Du, doch gerade das da drin. Wo ist denn das? Das liegt da direkt rum. Ach, da. Ah, hier. Hier, hier auf dem Tisch. Oh, hart gedamaged, oder? Ja. Geht aber noch, oder? Ach, geht immer, macht immer das gleiche, glaube ich. Ich glaube, die machen alle nur auf Worn. Äh, ich habe nochmal 20 Schuss für die SKS-Krise. Ja, ich habe so viel, ich kann fast gar nichts mehr tragen davon. Ich habe sogar Ferngläser. Echt? Geil. Das heißt, ich kann auch Klärung betreiben. Ja, warte, guckt euch die Dinger mal an. Oh, geil. Ganz klar ist ein richtig geil. So, wie seid ihr? Da seid ihr noch ein Elektro? Und was die für einen Zoom haben, ne? Äh, nein. Jetzt sind die Cerno. Cerno, ah ja, okay. Okay, wir müssen mal da hochgehen, ja? Also, ich bin schon echt nice ausgerüstet. Ja, okay, ich bin dabei. Ich habe meinen schönen Crossbow wieder raus. Haha, der ist so geil. Wer geht vor? M4, würde ich sagen. Am besten im Nahkampf. Ja, mit meinem Scope ist das ein bisschen doof. Ah, ich habe eine Fernkampfwaffe, aber nichts, um wirklich Fernkampf zu betreiben. 18 FPS, ey, ne? Richtig kacke. Alter, das haben sie hier, haben sie das nicht alles hier ins Nachträglich? Achtung, geh mal weg. War das nicht alles vorher hier heile, die ganzen Häuser? Ja, doch, habe ich auch gedacht. Ich dachte, nur das eine Haus hier wäre kaputt und die anderen wären hier alle... Ich war doch mal im Flugzeug reingebackt, weißt du das noch, Niki? Mhm. Kam ich nicht mehr raus. Ja, in dieses Trümmerteil da. Ich glaube, du kannst dich in alles ziemlich gut reinbacken, ne? Mhm. Oh ja. Arma. Der Siege halt. Ja. In Steine besonders gut. In Arma 3. Oh ja. Wer schreit denn hier schon wieder? Ich bin so oft durchgestorben. Ach da. Da will noch ein Zombie irgendwie... Achtung. Nice. Ich liebe das, Alter. Die macht so Fun einfach nur. Wenigstens eine vernünftige Zweitwaffe, wenn ich schon... Also ich meine, meine Armbrust ist extremst geil, aber geht halt nicht gegen Zombies und so, ne? Ja. Findest einfach kaum Munition. Ist halt ein bisschen verschwenderisch halt. Oh. Scheiße. Kann ja mal einer hinter mir erledigen. Der ist irgendwie sehr nah. Ja, warte. Ich hab gerade meine Armbrust draußen. Deswegen geht das nicht. Oh, ruckelt das. Oh, Scheiß. Ich hol den da ganz hinten. Oh. Alter. 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 Alter, war das knapp. Nee. Ich glaub, das war leck, weil der Schuss ging durch mich durch. Echt? Ja, bei mir standest du so normal. Aber ich hab nicht mehr Dämmisch bekommen. Oh, ich hab nämlich kurz vorher gerufen, du sollst weggehen. Und dann... Hab ich nicht mehr mitbekommen. Da hab ich auch nichts von gehört. Ist hier nicht irgendwo noch ein Bahnhof gewesen oder so? Ach, egal. Erstmal in die Siedlung da oben, ne? Ist das hier direkt die? Ja, die sechs... Das sind drei Stück. Drei. Links, Mitte und ganz rechts. Aber nur die ganz links lohnt sich, oder? Ähm, die lohnt sich eigentlich alle. Aber die sind auch alle neu. Also, ja, was heißt lohnen? Da gibt's halt nicht viel eigentlich. Doch, in der einen gibt's richtig viel. Also, in der... Ja, lass mal links hingehen, oder? Ja, wenn ich auch für... Das sieht mega witzig aus. Du spuchtest so vor, guckst dich so freudig um und wir laufen so mit den Gewehren hinterher. Ja, Alter, ich hab dauerhaft meine scheiß Pistole immer wieder eingesteckt. Ich weiß nicht warum. Ja, irgendwann geht das wieder weg. Das ist später wieder... Was ist das hier für ein Gebäude eigentlich? Sieht auch irgendwie was Größeres aus. Ah. Oder ein Krankenhaus. Nee, das ist das Krankenhaus. Alter, hab ich... Ja, warum nicht? Zombie, warte. Wie willig der sich erschossen ließ, ey. Erschossen ließ? Ja, der hat einfach nur auf seinen Tod gewartet. Ich drück mal kurz ab. Glaub, das Ding macht auch verdammt viel Schaden, die Magnum. So geil, wie der hier liegt. Als hätte er sein Genick gebrochen an dem Teil. Alter, sieht der ekelhaft aus. Ah, ja. Hier ist noch ein Biotiker. Nee, aber der Typ hier ist voll am abchillen. Guck dir den mal an. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich komm jetzt auch. Nice. Machst du mir an den Spawngebieten? Noch so einer. Aber wir... Hier, du musst uns dann versuchen einzuhören, wenn du in der Gruppe bist, ne? Vitamine. Ey. Ey. Wollte ich gar nicht. Ich will sowieso erstmal wieder mit dem Spiel zurechtfinden. Geht eigentlich relativ schnell. Ist gar nicht so anders. Erstmal Vitamine vor da. Ja, aber... Ist schon eine Umstellung, finde ich. Guck kurz aufs Krankenhausdach drauf. Ich glaub, das Krankenhausdach ist aber meistens leer, ne? Hm. Ja, ist leer. Ah, ja. Guck mal nur sagen, zwei Zombies. Gell, ich auch. Die sind hier aber auch echt mies. Kannst du wegrennen. Also, wegrennen kannst, aber das Problem ist halt, wenn du looten willst, und da sind viele. Hm. Ja, und wenn in einem Haus besonders eng ist. Ja, genau. Weil die einfach durchlaufen. Ist grad irgendjemand rausgepackt? Hm, hm. Aufpassen. Ne, wir sind irgendwie alle durcheinander gelaufen bei mir. Ja, genau. Bei mir sind alle durcheinandergepackt. Und alle waren irgendwie außerhalb der Wende außer mir. Mal, lass mal hochgehen, ne? Ich muss... Hier hab ich erst einmal irgendwas gefunden, und das war ein verrauteter Apfel. Ja, ich bin auch da mal alle Dinger durchschenken. Das sind ja so viele Räume. Und hab nix... Ist das eigentlich immer noch... Aber das ist... Dass wenn man nass mit Klamotten hat, dass man dann so irgendwie an so einer elendigen Krankheit stirbt. Ja, du kannst halt, äh... Gedöns nehmen, ne? Medikamente. Dagegen. Aber es hilft nicht, zum Beispiel, wenn du Alkohol getrunken hast, dann hilft's nicht. Oh, Vorsicht, Zombie hat uns gesehen. Und auf und zu. Ja. Wenn ich mehr Pfeile hab, dann... Wo denn? Er ist grad in den Busch gelaufen, ich weiß nicht, ob er tot ist. Kommt nicht mehr raus. Ich denke, ich hab'n in den Busch erwischt. Buschmann. Ja, ist tot. Seid ihr alle männlich? Ja. Hier liegt er. Ist tot. Ich hatte mal... Oh, nein. Nee, 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 bitte nicht, ey. Wo seid ihr jetzt alle hin? Die Frauen sehen ja genauso männlich aus wie Männer, finde ich. Finste. Also auf jeden Fall, sobald sie irgendwas anhaben. Wo seid ihr da hin? Schon. Den Wald hoch. Ich warte mal gerade. Hier, Niki, weiter links. Hier. Guck mal ganz... Bleib mal stehen. Und dann guck links. Dreh dich einmal 90 Grad nach links. Ich bin gleich schon oben. Siehst du mich? Ja, wie schafft man's dann, dass wenn man sich den Charakter... Ah, da. Frau Leggmann ist so gut getan. Ja, komm mal hin. Oder lauf einfach hoch, ja. Ja, an die Daisy-Profis hier. Nikolas und Christopher. Wie krieg ich Sinn, äh, dass er den Charakter speichert, wenn ich ihn ungeändert habe. Hä? Äh, wie meinst du das? Da ist so ein Button unten. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber irgendwas steht da. Da steht zurück, der ist relativ auf und zurück. Hä, was? Du musst einfach nur zurück eigentlich, der speichert das eigentlich automatisch. Ja. Ja, dann hab ich aber immer noch wieder diese Frau da drin. Ja, aber ich hatte auch mal den Fehler, dass ich nur mit Frauen spiel konnte. Hey, komm einfach, wie du bist. Ist doch egal. Du lootest ja sowieso schnell Kram und dann sieht es so nicht mehr so aus. So, hier gibt's zwei Märkte in dem Ort. Ich hol ihn weg. Okay, wie heißt der Körper? Äh, deine Waffe ist sehr laut, Cassie, ne? Jetzt besser mich machen. Okay, sorry. Der hätte jetzt eigentlich mich machen lassen sollen, aber ich hab leider noch einen Schuss. Aber, ja. Jetzt holt er die Waffe grad gar nicht mehr raus. Oh nein, nächster Zombie. Achtung. Hier schon wechseln. Ja. Läuft ihm hinterher. Läuft jetzt irgendwie. Oh, warte, warte, warte. Okay. Deine, deine ist aber auch laut. Ja. Ja. Ja, klar. Leute, Servername. Ihr habt zwar die großen Kaliber. Hier einfach auf Friends und dann findest du es. Hier ist das Gefängnis, hier ist das Gefängnis. Boah, das ist... Das ist das beste Haus im ganzen Dorf. Also, Internet-mäßig geht's grad gar nicht bei mir gut. Die Armbrust, mein Deutsch, ja. Die haben auch nur 18 FPS. Ja. Geht gar nicht klar, ja. Vielleicht find ich ja ein Visier für meine Armbrust. Alter, kommt schon wieder ein Zombie gelaufen. Zombie. Ja, ich seh den, ich hol ihn weg. Warte. Ich geh mal hoch. Großes Backpack. Großer Grüner. Okay, du hast ja schon Grün, ne? Ja, hol du den. Dann pack ich ihn da mal zurück. Hier oben sind Hacken. Spitzhacken und Handschälen, Alter. Handschälen hab ich, glaub ich. Spitzhacken sind nicht so geil wie, äh... Wie, wie Äxte? Ja. Ich hatte schon eine und die hat auch genauso viele Pflege. Okay, hier liegen zwei halt. Das ist ein Saline-Back. Mindestens genauso viele. Okay, hier ist noch so ein getarnter Hut. Ich glaub, hier ist noch ein Saline-Back-Intravenös. Ja, ich hab aber auch noch eins Intravenös. Ich heb das da nicht auf. Okay, hier oben ist nix mehr. Hier sind noch Combat-Schws. Oh, gerade rumgepackt. Was hab ich? Military-Boots. Ich nehm die Combat. Dann hol ich mal deine Military. Hier ist ne Gasmaske. Oh, nice. Gasmasken sind extrem gut. Liegt denn da noch? Wer von euch hat sie gefunden? Dann nehm sie. Hier ist noch ein M4-Magazin. Und ein FNX-Magazin. Oh, nee, das kann ich ja nicht nutzen. Ja gut, das FNX-Magazin hab ich mitgenommen und... Oh, ein 30er sogar voll. Nicht schlecht. FNX. Und das 2-Wenn. Ich schau mal die Boots, die hier liegen. Du kannst aber auch leeren das Magazin und die Munition in deine Immobox stecken, ne? Ja, ich glaub, ich mach das auch so. Hier ist noch Tuna, Alter. Den hab ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Ähm, wo kann ich... Nee, das ist 5,56 Millimeter, 20 Kugeln. Bring ich dir mit. Das nämlich für dann M4. Glaube ich auf jeden Fall, dass M4 die einzige Frist ist, die 5,56 Frist. Andi, ich bin noch unter der Ahnung des Accounts und deswegen hab ich... äh, dich nicht als Freund. Naja, ich hab wieder Munition ein bisschen. Weil die war ganz schön geschrumpft. Hier ist noch Tuna und der hat keine Textur mehr. Das ist schön. Kann ich ne IP-Adresse eingeben? Äh... Kannst du, aber das bringt nicht viel. Hast du uns als Friends in Steam? Näää. Rück mich einfach als Freund hinzu. Ja, ich hab den Anfrage gestrickt. Hast du? Okay, dann geh ich kurz bei Steam rein. Ey, wo war jetzt noch Muni für meine... Äh, hab ich dir aufgehoben. Warte, geb ich dir gleich. Muss nur noch ganz kurz die Freundschaftsanfrage annehmen. So, Asato LP. Ach, der Typ. Warte. Ich hab' rausgeworfen. Habt ihr auch grad gelbe Connection? Weiße. Könnte theoretisch den weiten Cache... Äh... Köcher lernen. Köcher heißen die Dinger, ne? Und, äh... Dann nur die Pfeile haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoller ist. Wo zwei sollte man vielleicht schon haben. Ich lass mal beide. Lass weitergehen. Hab in den Laden. Habt ihr die Rocket Aviators genommen? Die Brillen? Nee, wo waren die denn? Äh, oben. Nee, ich hab schon welche. Der hat restarted. Oder sowas. Nee. Hey, wo waren denn die Brillen? Ich hab die gar nicht gesehen. Nice. Ich hab endlich wieder Muni, ey. Richtig geil. Wie hattest du noch? Äh... Keine Ahnung. 60 und 40. Also 100 Schuss oder so. Nur noch. Alter, extreme. Wenn du uns siehst, du wirst wirklich an Walking Dead denken. So nice. Aber irgendwie regnet es auch nur, ne? Ja, ja. Zeit?